Nein! Doch, immer sind die leer, echt. Ich bin tot. Ich nicht. Noch nicht. Ja, dann streng dich mal an. Alter! Ich hab auch keine Medi-Kids mehr, ne? Stell dich einfach in so'n Ding hier rein. Ja, der Plan ist gut, ey. Stell dich auch in so'n Ding rein, das ist das Beste, glaub ich, was wir machen können, ne? Ja. Weil da können die einfach nur geradeaus kommen und müssen schließen. Ja, okay, über die werfen Granaten. Äh, das ist doof. Weil ich jetzt genau nicht gerade vor meinem Ding da liegt. Ich nicht, das ist ja das Geile. Ist nicht genau am Main vorbei. Entschuldigung, die Munition von den Einsamen. Ey. Ist das Ende hier, oder was? Ach, keine Ahnung. Guck mal, ich hab nicht... Ich gucke. Ja, ich hab die Hure grad schon schreien gehört. Ich auch. Genau. Merkst du was? Äh, ne. Ah, guck mal hier! Schön Medi-Packs abgreifen. Brauch ich eh nicht. Ich hab ja 30 AP erreicht. Ich hab 53 und 30 nochmal hier so'n Ding hast da. Hier ist ne Muschi. Ah, ausgezeichnet, ey. Ja, ist schön, dass du wieder so lange gebrauchst, du Hure. Ähm, brauchst dich eigentlich entschuldigen. Du bist durch. Du bist vorbei. Zieh dich aus. Na ja, Moslemn. Ja, das ist die Hure. Die Verräter-Hure ist das da, oder? Ja, ein bisschen, ne? Die so auf mich steht. Weil ich Gordon Freeman bin. Hör mal auf hier. Weißt du warum? Nee. Ich aber. Warum? Weil das so Dinger sind. Ah. Okay. Jetzt will ich noch ein bisschen bei mir abhaben hier. Nö. Boah, ist da dunkel hier. Darkroom, Baby. Ach, ja. Ey, sind wir jetzt schon in der Stadt? Nee. Nee, das sind wir auch noch nicht. Don't try this at home. Das macht der Duke auch immer, ne? Wenn er Bier trinkt. Ja. Der Duke ist auch sofort besoffen, voller Weicheier eigentlich, ne? Ja, echt mal, ey. Ich hab' gehört, die grüne Power-Rustrum, das hat für kleine Mädchen, oder für Weicheier, oder was sagt er? Weicheier. Genau. Mhm. Aber der Bier trinkt hat da auch einen Sinn beim Duke, ne? Wer hat nicht gemerkt das. Ach, wird der mächtiger? Ja, so eh nicht. Mehr, mehr, mehr Damage, oder so? Nee, dann hältst du mehr aus. Das? Echt? Ja. Dann soll ich mehr Bier trinken. Ich glaub, durch Steroide machst du mehr Damage. Ja. Der Duke hat bestimmt einen ganz kleinen Penis. Weil er Steroide nimmt. Ja, der hat doch nicht so gute Konditionen, also, ne? Ja, wenn ich was vor da zu keuchen. Kann halt ja nicht jeder so einen riesen Penis haben wie ich. Ja, so ist das, ey. Da machst du nix. Doch, das hier. Da, ne Waffe. Merkst du was? Papa hat alle tot gemacht. Nee, ich hab alle angeschossen. Räumt weiter. Weißt du, wer sich grad wieder regeneriert ist? Ja. Ah. Jetzt geh rein da, du. CRT-Monitor. Was? Ja. Die gab's ja früher noch, als das Spiel rauskam. Da waren die ja noch modern, ja? Richtig, da war ich noch total in. So ein schöner 13-Zöller. Da waren eher so die 17-Zöller, die da in waren. Ah, ja richtig, genau so 17. Und 19, bitte. Ey, 19, da hast du schon riesen Eier und konntest halt nicht. Ja, richtig. Also, wenn 19, 20... Da hat die Muschis auf dich geflogen. Ja, richtig. Da konnte dein Schwanz gar nicht mehr von Muschis sein. Da warst du der Beste, ey. Wenn Muschis nicht auf CRT-Monitore stehen und so, aber... Ja, ne? Bah. Ja, was? Come on, Gordon. Ey, ich darf dich... Ja, genau. Epic Squish. Also, merkst du was? Die würden mir alleine sein, ne? Ich glaub auch, ey. Ey, verpiss dich hier mal. Hier, Private-Humor. Was geht denn jetzt hier, ey? Ist das nicht Public? Ich will jetzt in die Stadt. Das ist Private. Das nochmal ist Protected oder so. Das ist einfach Private, ja? Oh, die Bitch, ne? Verrät uns jetzt. Darf die nicht. Wieso guckt die mich an? Bitch. Du kannst die nicht umgehen, die Bitch. Ja, kannst du das? Nee, ich glaub nicht. Ich höre ja schon die Combine. Ja, hörst du die schon? Ja, die klopfen. Okay. Dein Blut läuft unter der Tür her. Echt? Ah, geil. Warte, komm, wir töten die. Brechstangen. Weißt du, was das Problem bei Half-Life ist? Du hast zu viele Waffen. Oder nicht? Eindeutig, oder? Du hast einfach zu viele Waffen. Ja. Voll unübersichtlich. Ich komm da gar nicht mehr drauf klar. Früher kam ich da voll gut drauf klar. Jetzt nicht mehr. Nee, nee. Also heute nicht mehr. Früher war alles anders und so. Ja, richtig. Früher, da gab's dann... Früher, da gab's dann auch dicke Monitore. Ja. Früher hat man noch nicht mit Full HD, äh, hier, ne, gespielt. Nee, da hat man noch mit 4 zu 3 gespielt. Ja, das sowieso. Ja. 4 zu 3. Und dann noch mit 600 und 800 oder so. 800 mal 600. Nee, teilweise echt, ja. Wegen besseren Aiming und so. Genau so ist das, ey. Haben wir so gemunkelt, keine Ahnung. Hat das echt funktioniert? Naja, ich weiß nicht. Da ging es so. Einige haben so noch tiefer gespielt. Die haben irgendwie auf 640 mal noch irgendwas gespielt. 480. Ja. Haben hier, äh, nee, aber das war eher wegen Performance, glaube ich. Oder? Richtig. Ich hab auf seine 100 FPS kam in CS. Lächerlich, ey. Weil nur mit 60 FPS, da kam's nicht weiter. War so total der Noob. Du brauchst immer deine 100 FPS. Ne, weil, das merkt man bei Counter-Strike aber echt. Stimmt schon. Ja. Darf mal noch Zeiten? Regenerieren. Ja, genau. Tu nicht. Merkst du was? Nö, ich, ich, ich bin, ich bin hier, ne? Und so. Äh. Don't try this at home. Iiii, die hat nur ein Bein. Iiii. Weißt du, warum ich das ständig sage? Ne. Okay. Mein Weibchen hat mir aufertragen, nicht die Jugend zu verderben. Ah, ach so. Hier sind übrigens wieder so Battletürme, ja. Okay. Da ist Nova Prospect hier. Das wär das Gefängnis, oder? Äh. Da kam doch gerade her. Bob, Bob. War das eigentlich mit Dark Mesa? Da gab's doch auch noch mal irgendwas, ne? Da gab's doch noch irgendwas. Die wollten ja noch mal ein Spiel irgendwie zu machen, glaub ich. Irgendwo hab ich das letztens gelesen. Meinst du hier, meinst du hier Half-Life, Half-Life 1 hier in, 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 in Dingens? Nein, so richtig. So nur Black Mesa irgendwas. Wollten die machen. Jaja, Half-Life, das heißt doch, der heißt, da heißt irgendwie Black Mesa sowas, oder so heißt das. Aber das ist jetzt nicht nur Half-Life 1 als... Ja, doch schon. Dann ist Half-Life 1 halt total gepimpt. Ja, aber... Aber dann ist irgendwie schon seit zwei, nicht seit... Ja, das hat er nicht. Da war irgendwann irgendein Spiel... Ach, keine Ahnung. Ja. Gibt's jetzt eigentlich mal hier, gibt's doch noch Episode, äh, 1 und 2. Und dann gibt's nix mehr, ne? Ja, sollte auch irgendwann mal in Episode 3 kommen, aber, ne? Irgendwann mal. Ja, die könnte man eigentlich auch nochmal durchspielen, aber die gehen nicht in Koop, wa? Na klar. Gehen die auch in Koop? Ja, sehr. Da müssen wir ja schon mal was zu tun haben. Ich glaub, Episode 2 hatte ich auch schon durchgespielt, ja. Ja, hab ich auch. Da kann ich mich doch gut dran erinnern, ey. Ich nicht. Ich weiß nur, ob du die ganze Zeit mit der Hure da rumrennst oder so. Ja, ja, richtig. Mehr weiß ich auch nicht mehr. Eben. Piu. 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 Ja, was ist denn jetzt hier? Piu. Wir sollten jetzt eigentlich irgendwann mal gebeamt werden. Aber erstmal wird der Krüppel gebeamt, weil, keine Ahnung. Ja, Krüppel zuerst, ne? Ja. Jetzt kommen hier die Nazis. Wir müssen ja die Gefechtstürme wieder aufstellen. Äh, ja. Ich glaube auch. Du magst die Gefechtstürme nicht, kann das sein? Ne, ich mag nicht. Aber wir sollten die auf die mittlere Plattform stellen, weil da sind sie ziemlich episch platziert, ja. Wobei, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, du kannst platzieren, wo du willst. Da bringt eh alles nix, ja. So ein bisschen. Naja. Das ist ein bisschen überfordert, das ist die falsche Richtung, ja. So. Wer schießt? Ich. Ne, ein Kombin. Immer in Bewegung bleiben. Ja, aber nicht immer, ne? Doch. Das hier so ein, so ein, so ein Movement, ja. Oh. Das ist ein Klobein. Ein Klobein? Ja. Das ist noch ein Klobein. Weißt du, was bei dem Spiel auch fehlt? Ein... Nahkampfangriff auf V. Ja, ja. Richtig, genau. Das ist ja mittlerweile auch modern gegeben. Ich hab mich irgendwie dran gewöhnt, dass es so weit gibt. Das gibt's hier nicht mehr. Da stehst du nämlich vor den Leuten und suchst die Brechstange, ja. Eine halbe Stunde lang. Oder einfach mal hier Granaten auf so eine spezielle Taste gelegt. Das ist, das ist auch, ne. Zum Beispiel Granaten auf F oder auf G. Auf G. Ja. Oder generell einfach auf, auf, auf vier oder so und dann wirft der die direkt. Richtig, genau. Das fehlt hier. Auf jeden Fall. Naja, moderne Shooter haben schon so bedienungstechnisch ihre Vorteile, hab ich gehört. Aber storytechnisch losen die meistens übelst ab. Nein. Doch. Wobei, äh, äh, hier, Crisis 2 war ja ganz gut, ey. Ja, aber Call of Duty war auch ziemlich gut. Der letzte jetzt hier, Black Ops, das war eigentlich... Nein, ich fand das scheiße. Nein, das war alles... Ich fand, ich fand gut, fand ich gut. Äh, fand ich Modern Warfare 1. 2 war so ein Mittel... Ja, aber da war keine richtige Story hinter, also hinter Black Ops, da war er wirklich, ne. Richtig, richtig... Ich fand das irgendwie scheiße, das war irgendwie total über... Das war so, war der zu Konsole, ne. Das auch und das war einfach zu... Unbodenständig, das war so abgespaced, das hat mir nicht gefallen. Ne, das war nicht schön, das war zu abgespaced, eindeutig. Gut, dann nicht. Nee. Aber der Duke, der gefällt mir wieder, der ist lustig. Ja, mir gefällt der auch. Hast du denn ein bisschen Ohren spielen? Nee. Warum nicht? Weil ich doch deine, deine, deine hochqualitative Videos anschaue, regelmäßig. Eigentlich brauchen die Leute gar nicht mehr spielen, weil... Richtig, genau. Ist eh viel bequemer, einfach nur zuzugucken. Und sich meine dämischen Kommentare reinzuziehen. Fantastic. Hier sollten die mal die Kills noch mit einblenden können, ne. Das wär cool, ne. Mal sehen, wer am meisten gekillt hätte. Das wär noch cool. Weil jetzt haben wir sowas nicht, ne. Jetzt haben wir hier nur... Ne, sowas haben wir nicht, ne. So nen Luxus haben wir hier noch nicht. Das ist übrigens ne Latenz, obwohl du der Server bist. Ja. Merkst du was? Das war bei Source halt so, ne. Echt, war das so? Ja. Da hast du immer einen Ping von 5 gehabt. Oder 4. Je nachdem. Echt? Ja. Du bist von 4. Ja. Ne, 4 war eigentlich einfach 5. Ja. Oder 4. Haben dich jetzt zum einen gebessert. Also von 4 auf, oder von 5 auf 4. Das stimmt, weil dein Computer so schnell ist. Richtig. Ja, wenn das sowieso intern ist, ne. Papa hat der Medi-Kids gefunden. Warum? Ja, weiß nicht, weil die da lagen. So kleine hier. Ich renne den ganzen Tag mit 3 AP rum, Mensch. So gedroppt. Ich hab 100. Ey, jetzt haben wir übrigens hier wieder von wegen Sterbefälle, haben wir jetzt wieder ganz gut aufgebessert. Du hast 6 und ich hab 10. Ja, ja, richtig. Äh, andersrum. Du hast 10, ich hab 6. Ich hab was getan. Ja, tschüss, ne. Ja, tschüss, ne. Ja, tschüss. Jetzt kommen hier die Special Ops, ja. Ja. Wieso, mach fertig, komm. Ich töte die alle, ne. Du machst das schon, ey. Ich bin ja auch der Held. Boah, die haben zwar Angst vor dir, merk ich gerade. Du drängst die voll zurück. Ja. Haha, that one. Uh, Papa hat's ge... Hier voll drauf, weißt du. Oh. Ja. Hat ich jetzt gemacht. Ich glaub, mein Spiel ist gestorben. Ne, ist ein altes Green. Ne, das ist schwarz. Ich glaub, ich bin grad auf Escape gekommen oder so. Das ist doof. Ja, geht so, ne. Ach, ne, jetzt sind wir wieder hier. Schon wieder? Ja, schon wieder. Ah, sozial. Jetzt kommt doch, glaub ich, sowieso die Stadt. Kundeninformationen werden gesendet. Was? Warum werden meine Kundeninformationen gesendet? Sind die behindert, oder? Ja, die werden jetzt weiterverkauft von Apple. Was? Das... Das hat jetzt Jahrhunderte gedauert hier. Ach, guck mal hier, der alte Nazi-Opa mit seinem Schrotflinte. Von Hurensohne. Weißt du, was ich jetzt mache? Direkt mal die Glatze zermatscht hier. Abflüsenergie aufladen. Ja. Warum? Weil hier so'n Ding ist. Es ist leer. Merkst du was? Ja, merk ich. Papa greift einfach immer ab, ey. Ah. Ich verstehe. Das ist jetzt das Ding aus. Hier. Weil dein Anfang an war. Guck. Was ich angemacht hab. Da, jetzt ist das aus. Ja. Das ist aus. Ich kann's nicht anmachen. Hast du sehr gut erkannt, ey. Das ist aus. Aber hier, ne. Das Ding hier. Ganz. Das funktioniert noch, ey. Was? Wo bist du? Da. So. Wie lange sind wir eigentlich schon dran? Hier, guck mal, guck mal. Die Hula geht auch noch. Knappe Stunde oder so. Exzellent. 54 Minuten. Dann können wir ja noch drei Stunden. Genau, mindestens. Vielleicht schaffen wir sogar den alten bärtigen Mann zu töten, ja. Ja, das sowieso. Alte bärtige Männer, ja. Bäh, was ist das denn hier? Hier ist irgendwas ausgelaufen. Gut. Vielleicht sollten wir auch so eine Verlösungsseite machen, wo die Leute sich eintragen können.